Achte beim Motorradfahren immer darauf, dass du entweder hinter einem Fahrzeug bist oder vor einem Fahrzeug bist. Es kann immer mal sein, dass das Fahrzeug, was neben dir ist, plötzlich aus irgendeinem unerwarteten Grund ausweichen muss. Und wenn du dich genau daneben befindest, kommt es natürlich hier zu einer gefährlichen Situation. Selbst wenn du es schaffen würdest, noch auszuweichen, hast du immer noch das Problem, dass du eventuell von einem herannahenden Fahrzeug erfasst werden kannst, das wesentlich schneller unterwegs ist als du.